hey leute willkommen zu einem neuen video heute in diesem video zeige ich euch mal einen neuen solo car2k merch was ihr für diesen solo car2k merch braucht ihr braucht einen bunker dann braucht ihr noch eine arenawerkstatt in dieser arenawerkstatt muss sich ein bravado red truck befinden falls ihr euch fragt wo ihr diesen kaufen könnt diesen könnt ihr ganz einfach bei sausein san andreas kaufen dann braucht ihr noch das auto mit den tuning teilen in der arenawerkstatt und das auto was die tuning teile bekommen soll und ja wichtig ist bevor ihr mit dem glitch loslegt müsst ihr in eine einladesitzung und in eurem bunker spawnen und leute dann braucht ihr noch einen job von ron oder von gerald aber ich würde sagen labern wir nicht so viel sondern kommen auch direkt schon zum video und ja leute was ich noch vergessen habe zu erwähnen ihr braucht noch einen job von ron oder von gerald das ist sehr wichtig aber das erste was ihr macht wenn ihr in der lobby gespawnt seid und in eurem bunker gespawnt seid dann begibt ihr euch zu eurer arenawerkstatt so denn jungs hier ist das auto was ich moden werde da ist das auto was die gemordeten teil hat und da ist der red truck das erste was ihr macht ihr steigt in eurem bravado red truck ein und drückt die pfeiltasse nach rechts zum modifizieren wenn ihr dann jetzt hier in der werkstatt angekommen seid mit die kreis und x zum fahrzeug verlassen und jetzt kommt ein kleiner timing part denn jetzt setzt euch wieder in das auto rein und müsst folgendes machen ihr drückt pfeiltasse nach rechts sobald ihr das klicken gehört habt von der pfeiltasse nach rechts müsst ihr r2 drücken und danach einfach pfeiltasse links also jetzt habe ich das zum beispiel nicht geschafft wenn ihr wie ich einfach wieder rausgefahren seid einfach wieder pfeiltasse nach rechts drücken zum reinfahren so dann könnt ihr das ganze noch mal wiederholen das heißt kreis x fahrzeug verlassen wieder einsteigen und dann jetzt wieder pfeiltasse nach rechts sobald ihr das klicken gehört habt in game dann drückt ihr r2 und danach pfeiltasse links und das so schnell wie es geht so jetzt habe ich jetzt zum beispiel wieder nicht geschafft denn was passieren sollte leute denn wenn ihr das ganze gebildet habt dürftet ihr einfach sehen wie ihr mit dem truck einfach oder gesagt mit dem bravado red truck wieder in die arena werkstatt rein fährt aber ja ich erkläre es noch einmal also ihr drückt pfeiltasse rechts sobald ihr das klicken gehört habt drückt ihr sofort r2 dann lasst ihr r2 los und drückt pfeiltasse links aber ich würde sagen wir sehen es wieder wenn ich das ganze geschafft habe bis gleich und ja leute wenn es genauso wie bei mir dann habt ihr alles richtig gemacht denn jetzt drückt ihr kreis und x auf fahrzeug verlassen dann steigt jetzt wieder in den red truck ein drückt pfeiltasse nach oben der job liste drückt einmal x auf den job von geralt dann halte die optionssache gedrückt lässt sie los und ungefähr eine halbe sekunde danach drückt einfach x und wenn ihr das ganze jetzt geschafft habt also dass ihr das klicken von dem handy gehört habt und im optionsmenü seid dann drückt jetzt einmal die optionssache und spammt danach pfeiltasse links so als spam dann dürfte es genauso wie bei mir aussehen ein bisschen glitschi wenn du dann jetzt im job drin seid dann verlässt ihr diesen jetzt einfach nur noch und jetzt könnt ihr auch schon anfangen richtig zu glitschen denn jetzt holt ihr euch nämlich das auto was die tuning teil hat in dem fall ist es dieser komet hier das heißt ihr steigt einfach in das auto ein was die tuning teil hat und drückt pfeiltasse nach rechts zack dann seht ihr dass ich in die arena werkstatt einfach reinfahren kann so das dauert jetzt ein bisschen bis ich drin bin wenn ihr dann jetzt drin seid drückt ihr kreis und x auf fahrzeug verlassen dann steigt jetzt in den bravado red truck ein und drückt einfach pfeiltasse nach links so es können vielleicht wie bei mir ein bisschen glitschig aussehen aber das ist ganz normal jetzt steigt in das auto ein was die tuning teile bekommen soll und drückt dann pfeiltasse nach rechts so wenn ihr dann jetzt auch in der arena werkstatt ankommen seid drückt ihr kreis und x auf fahrzeug verlassen dann steigt jetzt einmal in das auto ein was die tuning teile hat dann drückt ihr pfeiltasse nach rechts ändert irgendeine sache an dem auto dann drückt kreis kreis und x auf fahrzeug verlassen jetzt steigt die wieder in das auto ein was die tuning teile bekommen soll dann drückt ihr pfeiltasse nach oben geht auf job liste drückt einmal links auf den job von gerald oder von ron dann haltet die options taste gedrückt lässt diese los und eine halbe sekunde danach drückt ihr x zum job starten ok in meinem fall habe ich das ganze jetzt nicht geschafft das heißt ich mache das ganze nochmal so jetzt habe ich das ganze geschafft denn wenn ihr das klicken vom handy gehört habt und trotzdem im options sind ihr seid habt ihr alles richtig gemacht denn jetzt müsst ihr wieder options dazu drücken und danach pfeiltasse nach links spammen und wenn ihr alles richtig gemacht habt dürft ihr es wie bei mir sehen dass ihr in den job reingeladen werdet dann verlässt ihr den job einfach nur noch und jetzt seht ihr schon habe ich hier schon das erste auto gemoddet so um das ganze jetzt abzuspeichern setzt ihr euch jetzt in das auto rein und drückt pfeiltasse rechts so jetzt wenn ihr in tuningwerkstatt um seid ändert ihr einfach irgendeine sache an diesem auto zum beispiel das hier dann drückt ihr kreis kreis und x auf werkstatt verlassen und jetzt habt ihr erfolgreich euer erstes auto abgespeichert und ich zeige euch jetzt auch direkt wie ihr jetzt zum beispiel das auto das die tuningteile gibt wechseln kann zum beispiel sagt jetzt ja ich will dass dieses auto hier jetzt die tuningteile gibt das heißt ich setze mich in das auto rein was die tuningteile haben soll oder gesagt was die tuningteile hat dann drückt der verfolgt das nach rechts dann wenn ihr jetzt in der garage drin seid oder eher gesagt in der werkstatt drückt die kreis und x auf fahrzeug verlassen dann steigt jetzt in das fahrzeug ein was ja hier noch drin steht drückt dann einfach pfeiltasse nach links zum werkstatt verlassen dann steigt jetzt in das auto ein was sie jetzt die tuningteile bekommen sollen das ist jetzt zum beispiel wieder hier der vagrant den ich gerade hier gemoddet habe das heißt jetzt in das auto rein was die tuningteile bekommen wird und drückt dann auch wieder pfeiltasse nach rechts und dann seht ihr auch dass ihr wieder ganz normal reinfahren können wie vorher so wenn jetzt hier auch drin wird drückt ihr kreis und x zum fahrzeug verlassen dann steigt jetzt wieder einmal in das auto ein was die tuningteile hat das ist hier in meinem fall der revolter dann drückt ihr pfeiltasse nach rechts ändert irgendeine sache an diesem auto drückt kreis und drückt x auf fahrzeug verlassen jetzt steigt wieder in das auto ein was die tuningteile bekommen soll dann drückt ihr pfeiltasse nach oben geht auf job liste drückt einmalig auf den job von gerald dann haltet ihr die optionstaste gedrückt lässt diese los und nach einer halben sekunde drückt ihr x zum job starten wenn ihr das ganze geschafft habt dürftet ihr das klicken vom handy hören und trotzdem im optionsmenü sein jetzt müsst ihr das jetzt müsst ihr so gesehen die optionsmenü taste drücken und danach wieder feiltasse an links werden wenn ihr alles richtig gemacht habt dann dürfte es wie bei mir aussehen das heißt jetzt verlässt ihr einfach nur noch den job und dann habt ihr jetzt schon euer nächstes auto gemoddet um das jetzt wieder abzuspeichern steigt jetzt einfach wieder in das auto ein drückt dann weiter nach rechts und dann ändert ihr jetzt einfach wieder irgendeine sache an diesem auto so zum beispiel panzerung und dann könnt ihr jetzt die ganze zeit so weitermachen mit dem modden denn jetzt habt ihr nämlich dieses auto auch erfolgreich abgespeichert und ja leute ich hoffe auf jeden fall dass euch das video gefallen hat aber ich würde sagen lasst seine genauer oder hau da rein und ciao bis zum beispiel